das nächste stück hier ja das war auch so eine finnische krimi sowas wie tatort aber in den 50ern schon schwarz weiß da gab es immer so einen inspektor balamo der schwierige mordmysterien gelöst hat und in diesem film ging das um darum dass der da war ein gasherd an in der wohnung und alle haben erst mal gedacht das ist ein unfall dass der jemand einwand vergessen hat aber dann hat der kommissar palmo gemerkt dass der hund nicht im karl gestorben ist aber nicht wurde gebrochen von dem hund und dann wusste das ist ein mord im 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 Musik 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 Musik